Ich heiße Christian Stein, bin seit neun Monaten hier bei Siemens im Einsatz. Und mein Hauptaufgabengebiet ist der Versand von Waren. Gelado von LKWs, mit Stapler, mit Kragen. Na, schon überrascht zu sehen, wie von der ersten Schraube bis zur fertigen Lok die Produktionsschritte hier Hand in Hand laufen. Na, ich mag die Abwechslung. Es wird nie langweilig. Und ich liebe die Herausforderungen. Mal hat man schwere Sachen zum Laden, mal große, übergroße, manchmal auch nur die kleine Schraube. Hier sind wirklich alle vertreten. Vom Auszubildenden, älteren Mitarbeiter, der kurz vor der Rente steht. Ein direkter Vorgesetzter hat hier seine Ausbildung gemacht vor 38 Jahren. Ja, genau. Man kann hier alt werden. Janiams v Vielen Dank.